Ein Rechtsanwalt hatte einen Mandanten in einem Skandalprozess erfolgreich verteidigt. Auf einer Party danach sprach ihn eine entrüstete Frau an. Für sie ist wohl kein Delikt zu gemein. So abscheulich, so unerhört, dass sie nicht die Verteidigung übernehmen wollten? Kommt drauf an, sagte der Anwalt. Was haben Sie denn ausgefressen?